Eines Morgens bin ich aufgewacht und ich habe festgestellt, irgendwas hat sich verändert in meinem Körper. Der Bauch ist etwas gewachsen, der Rücken zwickt ein wenig und ja, der ganze Körper fühlt sich einfach nicht mehr gleich ein. Da habe ich mich gefragt, was ist denn eigentlich passiert? Dann habe ich festgestellt, verdammt, ich bin älter geworden. Ich denke, die meisten von euch stimmen mir zu und können sich darin irgendwo widerspiegeln. Und was war so die kritische Barriere? Ja, so ungefähr Ende 30, Anfang 40, da geht der Mist so richtig los. Und dann habe ich natürlich überlegt, was kann ich denn jetzt verändern? Ja, und habe natürlich nach Lösungen gesucht, die effizient sind, die zeitsparend sind, ja, wo ich nicht den ganzen Tag jetzt irgendwo Sport machen muss. Und genau diese Lösung möchte ich euch in dem Film präsentieren. Viel Spaß beim Zuschauen. Liebe Freunde der Gesundheit, jetzt fragt ihr euch bestimmt, was ist die Magie da dahinter? Ihr müsst euch aber noch ein bisschen gedulden, weil erst möchte ich euch noch erklären, welche Geschichte mir dabei erfahren ist. Ich habe es ja gerade schon gesagt, also ich bin auf einmal aufgewacht und irgendwas hat sich wirklich verändert in meinem Körper. Der Stoffwechsel läuft nicht mehr so gut. Früher konnte ich essen, was ich wollte und es ist nie was passiert. Und auf einmal war er da, ein bisschen Bauch. Ich konnte auch so viel arbeiten, wie ich wollte. Der Rücken und der Nacken hat nie gezwickt, aber auch da hat sich der Körper verändert. Und insgesamt haben sich einfach viele Prozesse im Körper verändert. Und was ist Schuld? Ja, das Datum. Da habe ich einfach mal überlegt, okay, was hat sich denn wirklich verändert? Wir sind älter geworden. Und ja, was verändert sich vor allen Dingen im Alter erstmal maßgeblich? Ungefähr bis 27, 28, da bauen wir auf. Da müssen wir nicht viel dafür tun, weil das ist einfach so. Und dann kommt schon der Peak. Das geht zum Glück nicht so rasant, aber wir beginnen dann schon langsam abzubauen. Das sind sogenannte Katapole-Prozesse, die dann losgehen. Und die sogenannten Anabolen-Prozesse, also aufbauende Prozesse, überwiegen einfach nicht mehr. Und Gott sei Dank hat irgendeiner mal das Thema Training und Trainingswissenschaft erfunden und hat festgestellt, okay, wenn wir Muskeln belasten, fangen die wieder an zu wachsen. Wenn wir gewisse Dinge tun im Leben, die uns helfen, regenerativ sind, jeder kennt die, glaube ich, auch von euch, was uns wirklich was bringt, ja, dann geht es uns einfach besser und die bringen uns voran. Was aber halt ganz entscheidend ist, ist, was zu finden. Und danach habe ich im Prinzip gesucht, was kannst du regelmäßig durchhalten und was vor allen Dingen in kürzester Zeit einen maximalen Effekt bringt. Und das war mir ganz, ganz wichtig, weil ich habe einen recht vollen Tag. Die meisten kennen das wahrscheinlich von euch auch. Die sehen sich da drin. Und das habe ich im Prinzip gefunden. Und davon möchte ich euch jetzt berichten. Viel Spaß. Das, was mir als allererstes extrem positiv aufgefallen ist, ist wirklich weniger krank zu sein. Und hier hinter steckt ja auch schon eine gewisse Evidenz. Man weiß, dass sich durchs Eisbaden einfach mehr weiße Blutkörperchen bilden. Und die weißen Blutkörperchen, ja, das ist die Polizei im Körper, die räumen auf. Und das ist auch wirklich belegt. Und ich kann wirklich sagen, ich habe ja eine sechsjährige Tochter, die bringt wirklich alles Mögliche vom Kindergarten mit. Ich denke, die, die Eltern sind, kennt es. Und dahingehend ist man einfach auch mal krank. Aber ich war wie in so einer Bubble drin. Ich habe mich gefühlt wie in einer Eisenhülle. Es ist einfach nichts passiert. Und ja, der bekannteste Eisbader, den es mal gibt, Wim Hof, der wurde ja sogar unter klinischen Bedingungen in verschiedenen Viren- und Bakterienstämmen ausgesetzt. Und einfach nichts ist passiert. Man weiß auch nicht genau, warum, aber man nimmt wirklich an, dass es daran liegt, dass wir einfach mehr Leukozyten haben und weiße Blutkörperchen gebildet werden. Also das ist schon mal Daumen hoch, Effekt Nummer eins. Der zweite Effekt, der mich massivst verblüfft hat und gefreut hat, ist die Steigerung tatsächlich des Stoffwechsels. Ich habe ohne zusätzlich was zu tun, einfach ungefähr drei Prozent Körperfett reduziert. Also wir haben jetzt hier den großen Vorteil, wir können alles sehr, sehr genau messen. Und das liegt vor allen Dingen daran, wenn wir die Körpertemperatur nach unten fahren, hat unser Körper natürlich ganz viel damit zu tun, die wieder nach oben zu bringen. Ich denke, jeder von euch kennt es, ist, wenn wir im Schwimmen waren und im kühleren Wasser, dass man danach meistens einen guten Appetit hat. Und für 0,1 Grad, das ist wirklich erstaunlich, verbrennen wir bis zu 100 Kilokalorien. Und das ist natürlich wirklich geil, weil ihr braucht eigentlich nichts wirklich dafür zu tun und geht einfach nur ins kalte Wasser. Effekt Nummer drei. Ja, das ist der sogenannte Resilienz-Effekt, nenne ich den Ganzen. Was passiert, wenn denn das kalte Wasser steigt, ist wirklich enorm. Ihr habt in dem Augenblick wirklich erst mal Stress. Euer Körper schüttet Adrenalin, Noradrenalin und verschiedenste Botenstoffe aus. Es ist erst mal eine hohe Warnung. Es wird auch massivst viel Insulin ausgeschüttet in dem Augenblick. Also wir blenden hier dazu auch noch ein Bild ein, wenn wir das finden. Wir haben den Blutzuckerspiegel getrackt, was damit passiert. Also das ist ganz spannend. Also es geht alles erst mal richtig nach oben. Aber alles, was nach oben geht, geht danach natürlich auch meistens wieder nach unten. Und was man da misst, auch im Blutzucker, ist sehr, sehr spannend. Es entsteht ja so ein richtiger Flow-Zustand. Also man ist stundenlang so total ausgeglichen. Man ist so in sich. Ich fand es echt unglaublich. Also da hätte schon sonst was passieren können, ehe es mich mal wirklich noch gestresst hätte. Und nebenbei werden ja auch Botenstoffe durch das Eis ausgeschüttet wie Endorphine. Und das sind halt die Glückshormone. Und Eisbaden kann wirklich süchtig machen. Also danach hat man meistens ein großes Grinsen im Gesicht. Deshalb ist das auch ein wahnsinniger Effekt. Gut, kommen wir nur zum vierten Effekt. Nennen wir es einfach mal endlich mehr Energie. Ich bin jetzt zum Glück ein Mensch, der nie groß an Energielosigkeit gelitten hat. Aber das war schon echt krass, was da los ist. Also ich bin meistens morgens direkt nach dem Aufstehen in die Tonne gegangen. Und ja, bin voller Energie in den Tag gestartet. Das liegt vor allen Dingen auch an diesem Hormoncocktail. Und das ist natürlich wirklich sehr, sehr wertvoll, vielleicht für Menschen, die ja einfach nicht so richtig in die Gänge kommen, erschöpft sind, sich auch nicht so richtig für einen Workout begeistern können. Weil was ich im Prinzip absolut empfehlen kann, ist, ihr geht in die Tonne und macht danach vielleicht ein kleines Workout, weil wir inzwischen auch wissen, wenn die Muskulatur und der Körper runtergekühlt wird, ist das Schmerzempfinden reduziert. Also es tun einfach weniger Dinge weh, wenn ihr da rausgeht. Das ist tatsächlich so. Plus, wenn ihr dann trainiert, habe ich das Gefühl gehabt, man ist einfach länger leistungsfähig und hat viel, viel weniger Muskelkader. Dazu gibt es auch schon Studien, weil einfach die Laktatausschüttung geringer ist. Ja, und vielleicht noch der letzte Effekt, den ich noch erwähnen will, bevor ich euch noch erkläre, wie ihr das Ganze jetzt am besten anfangt, ist dieser Effekt Nummer 5, der auch wirklich belegt ist. Das hat man vor allem bei Schwimmern schon festgestellt. Die haben sogenanntes mehr braunes Fett. Also das braune Fett ist tatsächlich das gute Fett. Das gibt es. Und das ist aus dem Grund braun. Das haben wir vor allem hinten im Nackenbereich und im unteren Rücken, weil das viel, viel mehr Mitochondrien hat. Und die Mitochondrien sind die Kraftwerke in unseren Zellen und die verstoffwechseln einfach. Und ja, man fährt den Stoffwechsel dauerhaft hoch und es gibt auch schon so Erkenntnisse, das weiß man noch nicht so richtig, dass das weiße Fett, weil das ist ja im Prinzip eher der Energiespeicher und das braune verbraucht die Energie, dass das weiße Fett wie gebräunt wird, also ihr schickt euer weißes Fett ins Solarium und das war dadurch einfach ja auch wahrscheinlich etwas stoffwechselaktiver. Wie gesagt, das ist noch nicht so ganz belegt. Gut, nun zum Allerwichtigsten. Wie fangt ihr denn jetzt an mit dem Ganzen? Ich empfehle euch, kauft euch einfach so eine Tonne, wir blenden da auch eine ein und verlinken vielleicht auch noch eine irgendwo mit, wo man das Teil kaufen kann. Die kosten nur um die 100 Euro, sind nicht teuer und stellt die im Prinzip einfach bei euch in den Garten, auf die Terrasse, auch auf den Balkon, also prüft aber vorher nochmal die Statik, so schwer ist es aber nicht. Da passen so ungefähr 300 Liter rein. Und dann kriegt die Tonne einfach die Außentemperatur. Also geht mit der Natur, ihr braucht nicht teure Dinge, wo ihr das runterkühlt. Füllt einfach Wasser rein. Was ich dazu empfehle, ist noch, kauft euch einen großen Sack Poolsalz, also so 20 Kilo und kippt da immer 3, 4 Kilo Poolsalz rein. Dann braucht ihr keinen Chlor, da hält es schon mal so 2, 3 Wochen das Wasser. Und dann hat es ja wie gesagt sofort die Außentemperatur. Und jetzt ist entscheidend, wenn ihr da reingeht, beginnt erstmal, ja, recht langsam oder eher kurz. Weil wenn ihr dann reinsitzt in die Tonne euch, nehmt euch vielleicht erstmal 30 Sekunden bis eine Minute vor und arbeitet da auch wirklich mit einer Stoppuhr. Und steigert dann langsam die Zeit. Man kann beim Eisbaden, wenn man dann fortgeschrittener ist, wirklich sehr, sehr leicht in eine Unterkühlung im Prinzip gehen. Und da müsst ihr schon aufpassen. Deshalb wirklich langsam steigern und erstmal, ja, abwarten, wie reagiert euer Körper denn danach. So, und das ist ganz entscheidend, was danach passiert. Euer Blut zieht sich ja in dem Augenblick von den Extremitäten, also den Händen, den Armen, den Beinen, zur Körpermitte, sehr, sehr stark zurück. Und dann ist es wichtig, wenn ihr wieder rauskommt, sonst gibt es einen sogenannten After-Drop-Effekt und das ist wirklich gefährlich. Also das Blut darf nicht zu schnell wieder in die Arme und die Beine schießen, dass ihr euch langsam wieder erwärmt. Also nicht heiß duschen oder in die Sauna gehen ohne Ende, sondern dann, wenn ihr wirklich länger in dem Eis wart, einfach warm anziehen, ein kleines bisschen Training machen und langsam die Körpertemperatur wieder nach oben fahren, dann ist es wirklich viel sicherer. Da auch noch ein großes Achtung, wer sich da nicht sicher ist, ihr solltet auf jeden Fall herzgesund sein. Also vorher sonst noch mal den Arzt fragen, ob da alles gerade auch passt bei euch. Genau. Und dann geht ihr im Prinzip einfach jeden Tag rein und beginnt am besten jetzt, wenn ihr den Film seht, weil jetzt ist genau die Zeit, so im Oktober zu starten mit dem Ganzen, wo die Temperaturen noch so sind, ab wann reden wir von Eisbarn, also ab unter 14 Grad Wassertemperatur geht es los. Richtiges Eisbarn ist definiert zwischen 5 und quasi 0 Grad. Aber beginnt jetzt und dann habt ihr da auch schon eine Wirkung und ja, hört auf euren Körper. Weniger ist erst mal mehr. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Und dann kann ich nur dazu raten, zieht das Ganze mal wirklich eine Weile durch. Ich habe das so gemacht, ich habe mir zur Motivation wirklich an Badspiegel, in den Kalender gehangen. Meine Tochter hat mir da ein witziges Bild gemalt und ich hatte halt auch die Motivation, das jeden Morgen für meine Tochter im Prinzip zu tun und habe das halt auch wirklich abgehakt. Und ihr könnt definitiv keinen größeren gesundheitlichen Effekt für euch schaffen in kürzerer Zeit, weil es dauert nicht lang, also ihr werdet nicht ewig in der Tonne hocken bleiben. Und das ist wirklich, ja, absolut genial. Ich kann es nur jedem empfehlen. Gut, ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Eisbaden. Ich bin echt gespannt auf eure Kommentare. Also probiert es aus und es ist nicht mit kalten Duschen zu vergleichen. Also das funktioniert nicht. Schreibt jetzt nicht in die Kommentare, ihr duscht ja schon kalt. Das ist auch gut, um Gottes Willen, aber Eisbaden ist definitiv ein anderer Effekt dahingehend. Deshalb schreibt es in die Kommentare, teilt gern den Film. Ich freue mich auf den nächsten Film. Euer Ringo. Bis zum nächsten Mal.